1962 legte der Schweizer Einzelhandelspionier Gottlieb Duttweiler den Grundstein für das GDI. Sein Ziel war es, ein Institut aufzubauen, in dem das freie Denken über die Zukunft der Welt im Mittelpunkt steht. Das zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt und Menschen vor den Profit stellt. Und dieser Vision ist das GDI bis heute treu geblieben. Das Institut, inmitten einer Parklandschaft oberhalb des Zürichsees gelegen, spezialisiert sich auf Zukunftsforschung, strategische Innovation und Impact Leadership. Hier kommen die klügsten Köpfe zusammen, um Fragen zu stellen und Ideen über die Zukunft von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt auszutauschen. Seit 1962 hat sich viel verändert. Wenn wir eins gelernt haben, dann die Tatsache, dass kaum etwas gewiss ist. Wir können nur ahnen, was die Zukunft bringen wird. Wie also können Sie dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen für die Kunden und Kundinnen von morgen lebendig und relevant bleibt? Das GDI erforscht die Zukunft, um Unternehmen zur Mitgestaltung ihrer Branche anzuregen und zu befähigen. Unsere Schwerpunktbereiche sind Ernährung, Einzelhandel und Gesundheit. Unsere Dienstleistungen fallen in drei Kategorien, die sich jedoch überschneiden können. Zukunftsforschung, Innovationsstrategie und Impact Leadership. Doch wie können wir zur Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens beitragen? Lassen Sie uns ein Bild zeichnen. Erstens Zukunftsforschung. Die Vordenker im GDI Think Tank denken ganzheitlich. Sie analysieren Trends über ihre gesamte Lebensdauer hinweg, spekulieren über mögliche Zukunftsszenarien und laden Sie ein, über die Relevanz dieser Entwicklungen für Ihr Unternehmen nachzudenken. Nehmen wir Peter. Peter leitet ein Unternehmen, das seit vielen Jahren auf dem Markt führend ist. Doch in letzter Zeit hat er das Gefühl, dass der gute Ruf der Firma schwindet, dass sie als altmodisch gilt. Produktpalette und Technologie müssen modernisiert werden. Doch wo setzt man an? Peter weiß, dass das GDI maßgeschneidete Zukunftsstudien bietet. Also werden gemeinsam evidenzbasierte Zukunftsszenarien erarbeitet. Die Erkenntnisse vermitteln Peter die grösseren Zusammenhänge und regen ihn an, sein Unternehmen neu zu positionieren. Als wichtigsten Vordenker auf seinem Gebiet. Zweitens Innovationsstrategie. Zukunftsdenken ist nur nützlich, wenn es die Entscheidungsfindung verbessert. Gemeinsam mit Ihnen übersetzt das GDI Erkenntnisse in zielgerichtete Lösungen mit spezifischem Geschäftswert. Dies ist Britta. Sie arbeitet für ein etabliertes Unternehmen in einer dynamischen Branche. Jede Woche ist der Postfach randvoll mit E-Mails von Start-ups, die ihr Ideen anbieten oder um Zusammenarbeit bitten. Wie kann sie den Nutzen all dieser Chancen bewerten oder noch bessere innovative Konzepte finden? Gemeinsam mit den Lösungsexperten des GDI definieren Britta und ihr Team einen Prozess für die Auswertung von Megatrends, die Beobachtung von Marktinnovationen und die Entwicklung zündender Innovationskonzepte. Sie werden diesen Prozess nutzen, um proaktiver zu handeln und Zukunftsszenarien mit Leben zu füllen. Und zu guter Letzt der Bereich Leadership und Transformation, der sich auf wirksame Führung zum Wohl des Unternehmens, der Gesellschaft und der Umwelt fokussiert. Gemeinsam mit Ihren Top-Führungskräften arbeiten wir an Zielen, Visionen und Werten für erfolgreiche und nachhaltige Transformationen. Richard führt sein Unternehmen seit Jahrzehnten. Heute denkt er über sein Vermächtnis nach. Seit einiger Zeit beobachtet er grosse gesellschaftliche Veränderungen, begleitet von zunehmenden Turbulenzen in der Geschäftswelt. Hat seine Firma einen nachhaltigen Weg eingeschlagen? Ist sie widerstandsfähig genug, um langfristig erfolgreich zu sein? Klar ist, dass sein Unternehmen eine neue Art von Führungskräften braucht. Urteilsfähige Menschen, die die Firma mit Mut, Demut und stimmigen Entscheidungen voranbringen. Doch wie kann dieses Potenzial in jedem Einzelnen geweckt werden? Bei Gesprächen mit inspirierenden Menschen auf einer GDI-Konferenz wird Richard klar, dass dieser Austausch genau das ist, was die Führungskräfte von morgen am meisten brauchen. Inspirierende Einsichten von den besten Branchenkennern und Vordenkern und ein Netzwerk gleichgesinnter Kolleginnen und Kollegen, um über ihr persönliches Führungsprofil und die Vision, Strategie, Struktur und Kultur ihres Unternehmens zu reflektieren. Die maßgeschneiderten Leadership-Initiativen des GDI setzen Führungspotenzial frei und bereiten den Weg für Innovationen, damit diese in ihrer Organisation Wurzeln schlagen und erblühen können. Warten Sie nicht darauf, dass die Zukunft passiert. Der beste Weg, sich auf die Zukunft vorzubereiten, ist, sie mitzugestalten.